Kurzlaufende Staatsanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating oder doch Aktien. Anleger sind momentan mit der Frage konfrontiert, wie sie ihre Allokation am besten verteilen. Natürlich nicht vor dem Hintergrund der kurzfristigen Bewegungen an den Börsen, sondern aus der strategischen Perspektive. Und im Dollarraum können wir sehr gut sehen, dass die erwarteten Gewinnrenditen, das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis in Relation zu den Renditen von Unternehmensanleihen, guter Bonität, bereits sehr eng beieinander sind. Auch Cash, die kurzlaufende Staatsanleihe, hat hier bereits den Schneidepunkt durchbrochen. Und wir wissen, die Bonität, die Planbarkeit der Erträge ist natürlich unterschiedlich hoch. Staatsanleihen haben die beste Bonität, die Laufzeit ist aber natürlich kurz, ein Wiederanlagerisiko besteht, ein Unternehmensanleihenindex hat eine schwächere Bonität, dafür ist die Planbarkeit über die Jahre höher, dann natürlich das Zinsänderungsrisiko wieder zu beachten, dafür das Wiederanlagerisiko geringer. Und bei Aktien, klar, da ist man in der Nahrungskette ganz am Schluss und wird erst bezahlt, wenn Lieferanten, Mitarbeiter und alle anderen bezahlt wurden. Also auch die Planbarkeit der Erträge deutlich geringer, deswegen sollte die Rendite dort am höchsten sein, den die Eigenkapitalgeber hier fordern. Also im Dollarraum die Frage schon sehr aktuell, wie sollten Anleger sich positionieren, aber auch für Anleger aus der Euro-Perspektive, die beispielsweise im globalen oder amerikanischen Aktienmarkt allokieren, die haben ja ohnehin Abhängigkeiten zum US-Dollar und könnten auch hier überlegen, ihr Risikobudget, ihre strategische Allokation anzupassen, respektive in den Dialog mit den Verwandten und relevanten Vermögensverwaltern zu gehen. In der Euro-Perspektive sieht das Ganze noch anders aus, wir sehen die Gewinnrendite entsprechend höher mit rund 8% auf Basis der erwarteten Gewinne, die Unternehmensanleihen, die liegen bei 4%, also eine deutliche Differenz. Hier sehen wir, dass sich eher Cash und die Unternehmensanleihenrenditen annähern, aber vielleicht sind wir auch einfach nur 3, 6 oder 9 Monate hinter dem Verlauf in den USA, weil auch in der Eurozone erwartet man ja, dass die Zinsstrukturkurve sich weiterhin parallel nach oben verschiebt. Von daher vielfältige Überlegungen, was machen wir mit dem Thema Duration bei inversen Zinsstrukturkurven, wohin geben wir Risikobudget in der Abgrenzung Aktienmarkt zu Anleihen und macht es vielleicht auch ergänzend Sinn, sich bei Anleihen, bei Nachgangsegmenten oder auch im Bereich Private Debt und ähnliches zu positionieren. Also Allokatoren sind gefragt, respektive natürlich auch Anleger, die selbst entscheiden, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Sofern Sie dazu weitere Anregungen oder einen Sperrungspartner suchen, stehen wir Ihnen wie gewohnt gerne zur Verfügung. Zum Moment darf ich Ihnen eine gute Zeit wünschen. Genießen Sie die Sonne. Bis bald. Auf Wiedersehen.